Bist du bereit? Klar, auf dein Zeichen. 3, 2, 1, go! Keiner bewegt sich! Jeder bleibt auf seinen Platz! Ihr seid verhaftet wegen illegalem Glücksspiel! Illegalem Glücksspiel? Wir haben hier lediglich unser Geld privat gezählt. Oder sind sie hier irgendwo Karten? Ich glaube, wir wissen beide, dass wir hier in einer illegalen Schnick-Schnack-Schnuckhöhle sind. Also, Hände auf den Tisch! Schnick-Schnack was? Mach dich nicht dümmer als du bist, Püppchen! Und jetzt wollen wir eure Hände sehen. Und zwar ganz langsam. Was haben wir denn da? Welches Schwein hat uns verpfiffen? Ey, ich dachte, Brunnen gilt nicht. Wie? Wunderschöne